Also wenn du den in den Zofen wegklatschst, dann ja. Ja, alles klar. War natürlich ein guter Flick. War gut. Auf jeden Fall. War gut gespielt, würde ich behaupten. Ja, also gut predicted natürlich. Hast du einen Priester? Alles klar. Erstmal Priester und Newton. Ist das ein Statement dazu hören oder was? Vorhin hat er gesagt, ich finde es extrem nice. Ja, das hat er auch genau so in der Sprache gesagt. Danke, I appreciate it. Richtig kack Englisch hat er das gesagt. Ich denke nur so, alles klar. Steht da hinter der Wand, alles klar. Er ist zu low für heute. Der spielt einfach Autosniper. Ich glaube bei dem ist echt nicht alles klar. Aber Anime bilden man schafft das schon. Ich glaube da ganz fest dran. Wir können nachher mal andere Map spielen oder so. Ja, ne tatsächlich nicht, weil ich gleich weg bin und so morgen, ja morgen wäre ich auch irgendwie so erst gegen abends wieder da, sind big memes, nice memes. Also mein Ziel ist natürlich 5 Kills, wie immer. Na, ich glaube auch mein Ziel. Der Arma Parashi ist legit, 100%. Nice meme, oder? Ja, ziemlich nice meme. Wer tut sowas und genau mit diesem Timeluck? Deutsche vielleicht, wir spielen gegen Deutsche. Ah, einer steht da main. Guter Spieler. Na, 7 Runden auf T sagst du? Das ist easy game. Der Banihop hat auf jeden Fall gut ausgesehen gegen Schluss, würde ich mal sagen. Ja, würde ich eigentlich schon ziemlich schlecht nennen. Ja, deswegen habe ich es auch nicht gesagt. Alles klar. Alles klar. Aber der Gegner war auf jeden Fall down. Mir fällt da auch noch was anderes ein, was down ist. Weißt du was? Dein Banihop. Boah. Aber Liquid Smoke. Ja, das ist ziemlich down. Toll. Mir geht es echt gut zum Banihop. Auf diesem Server. Auf diesem Server. Auf diesem Server. Auf diesem Server. Links oben. Über dir. Hab ich gehört. Jetzt ist einer rechts. Das Crowd. Und der ist da nicht mehr. Der geht jetzt B. Der über Ramper. Ist schon rechte Seite. Alles klar. Alles klar. Schlecht. Alles klar. Statement zu deinem... Auf jeden Fall. Ich sag's mal so. Gute Hälfte. Der Boss probiert immer die Hälfte von anderen zu machen. Also immer 50% zu geben. Und 6 zu 12. 50%. Ja. Versteht sich von selbst. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Mir erst mal einen Sissab gönnen. Das ist das. Schönen Sip genommen. Der Sip ist quasi reingeflutscht in meinen Hals. Das ist wie mein ergriertes Glied bei deinem Arm. Jetzt halt noch kurz rauskommen. Auf einer Rampe. One Ramp. One Name. Der Amaza Rashi. Das ist locker. Er ist krass. Der ist krass. Der ist unten im End drin. Das kann ich dir nicht sagen. Ich hab ihn gar nicht gehört. Ja. Komisch. Ich hab ihn gehört. Du hast ja dieses ESL Kugli Headset. Ja. Ich hab mir das gute. Das gute alte. Siberia gekauft. Alles klar. Gutes Headset. Das ist das gleiche wie ich. Schlecht. Aufhho! Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Alles klar. Alles klar. Alles klar, diese Reaktion. Ich dachte, er macht das war ein Witz, aber der Junge. Kannst du einen Freestyle anbauen? Komm, einen Freestyle anbauen. Kannst du einen Freestyle anbauen? Kannst du einen Freestyle anbauen? Kannst du einen Freestyle anbauen? Das ist nicht zu krass dafür. Ich glaube, mein Video wird gesperrt, weil sein Copyright auf seinen Sound ist. Klare Sache, ja. Das habe ich eben auch gerade überlegt. Alles klar. Halt dein Maul. Halt doch einfach dein Maul. Ja. Erstmal DDoS. DDoS ist raus. Ja, DDoS ist raus, Mom. Mom, kurz Robins IP im Video einblenden. Das juckt doch. Die IP habe ich schon. Nein. Spot 8080. Schönen Tag noch. Ciao. Alles klar. Alles klar. Machst du ein bisschen Huren wohl? Alles klar. Ich bin voll cool. Er fack mich. Welcher T-Stick? Ich schicke ihm diese Scheiß-IP, weil er ist zu dumm hier drauf zu kommen. Ich möchte inkompetente Huren zu lösen. Alles klar. Alles klar. Das ist doch das Gleiche. Alles klar. Nein, Mann. Warum ist eigentlich alles klar bei dir? Das ist ein Sinn-Typ los, Mann. Ich habe gerade vorhin die Raging CSGO, dass es so ein Drecks-Game ist. Bei dem ist nicht alles klar. Aber ich habe zu lang notiert. Weil ich ein guter Spieler bin. Aber bei dir ist nicht alles klar. Bei mir ist nicht alles klar. Er schreibt mir, wenn ich jetzt raus habe, kann ich nicht annehmen. Das ist die Kerl, ist der Kerl. Ist das der Kerl? Ja. Hm? Moritz? Sag mal, Robin, dass er sein Maul halten soll. Typisch Moritz immer messen. Was soll damit sein? Was ist diese WhatsApp-Gruppe? Glücklich, Mann. Okay. Aber es tut mir natürlich leid. Du spielst hier gar keine Spiele mehr. Da sind nämlich nur Leute drin, die Spiele spielen. Und das bist du ja nicht, Robin. Das steht so gar nicht im Team-Sieg, der keine Spiele mehr spielt. Du kannst ja auch gar keine. Alles klar. Ich glaube, Priest ist gerade soeben den CS gejoint. Hat den jetzt aber wieder verlassen. Leider. Ich wusste gar nicht, dass der Deutsch kann. Ja, bist du nicht ein bisschen aufgeregt? Ja, eben nicht. Du bist doch ein großer Fan, Digga. Mein Herz hat schon ein bisschen gezittert. Ja, das natürlich auch. Auslässt er gemacht, so. Alles klar. Nein! Dieser Gelbe ist schon ein bisschen low, irgendwie. Ich meine, der Andreas ist schon low heute beim ersten Spiel. Aber... Alter. Ihr passt richtig. Behind you, behind you. Mhm. Aber hey, ich muss mich nicht schlecht fühlen. Der Einzige, der besser als ich ist, ist auch am Cheaten. Und der spielt ein bisschen dreister als du. Bisschen. Mhm. Oder er ist natürlich einfach ein guter Spieler aus Deutschland. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Papa. Olaf... Kicks der Lelele. Jetzt hat er... Gefresst. Droppt er ihn halt noch. Nice. Rückwärts low. Hat er ihn hart gedroppt, sagst du? So dubstep ein bisschen. Moritz... Lutscht auch. Äh... Kannst du mir eigentlich mal sagen, warum NL so... Inkompetent ist? Erst ein Monopol machen und dann über eine Woche nichts da haben? Aber ohne Witz, das habe ich mir jetzt nicht in zwei Mal... Nein, gestern und vorgestern gedacht. Also, dass du es gegen mir geschickt hast... Das kratzt ja mal Null. Das ist ja... Ja, ja. Witz quasi, oder? Probier das mal im Vaporizer. Das schmeckt sogar gut. Mein Einkaufswagen habe ich noch voll, aber der ist halt 285 Euro teuer. Der ist der blaue Maid und dann der neue... Äh... Und dann der neue Ischisha-Dinkchen. Aber... Das Problem ist... Tja... Wenn ich das jetzt kaufen würde... Dann müsste ich 56 Cent selber fahren. Und... Das geht halt einfach nicht. Und das kann ich eigentlich leisten. Alles klar... Kopf rein. Grüß Gott meine Damen! Moritz... Hab gehört... Hast du gedacht? Alles klar, hallo Krisy. Hey... Ich weiß es gut. Let's go. Oh mein Gott, hallo YouTube. Yo... Hoi Kinder! Wer wäre jetzt dieser Kris, Alter? Gib mir jetzt schon noch einen Keks. Der noch aus Österreich. Alles klar... Ja, der kommt aus Österreich. Alles klar... Alles klar... Alles klar... Alles klar... Report mich bitte nicht. Ich bin... größter Fanboy von ihm. Alles klar... Krissy bist du eigentlich der Priest. Der wer? Alles klar... Bis 33 hat er... Alles klar... Ja, ich hab da... Ja, ich hab da... Dienend, oder? Würde ich mal sagen... Get Memed... Get Memed... Alles klar... Die Dead Cues durch... Mit der Flashenart... Get the meme... Feel the meme... Das ist Anti-Flash auf jeden Fall... Get the meme... Do the meme... Gar nicht, oder so... Ja... Sieht man immer so... Im Overwatch... Wenn jemand Anti-Flash anhat... Hä... Früher mit Blow Trigger... Immer während ich flasht... War trotzdem Trigger Key gehalten... Ups... Blutzen Kill gemacht... Komisch... Komisch... Wer so ein Free Cheat nimmt... Der durch die Wand drauf zieht... Ist auch immer richtig geil... Wenn man so spielt... Wie... Beeper zum Teil... Auf Science Emerald... Ist natürlich auch nice... Naja... Wer ist denn dieser Beeper? Ich kenn ihn auch nicht... Hab ich auch gehört... So... Der ist... Richtig krass... Untermensch... Im Boden... Moritz... Also kommst du an Silvester... Schon zu mir jetzt... Ja... Ich komm vorbei... Alles klar... Ricola... Ist schon eingepackt... Na... Alles klar... Verdienst doch mindestens... Genauso viel Geld wie ich... Kaufe dir mal eben... Das ist doch nicht teuer... Ja... Machst du auch Yeezy... Nein... So etwa... 82€... Oder so... Ja... Mit Yeezy Chat... 80€... Ich hab... Ich hab... 130€ für... Erste Klasse... Alter... Warum... Erste Klasse... Man... Weißt du... Was sind dann die Leute... Die einfach... Richtige Hurenzüge sind... Dann denken sie so... Immerhin... In real life... Lass mal... Erste Klasse fahren... Alles klar... Mann... Ja... Alles klar... Weißt du... Hallo... Umsonst... Wasser... Ich hab noch... Wie so ein Luxus... Hat sich schon cool... Angefühlt... Neben den Omas... Und so... Ja... Ja... Ne... Tatsächlich hatte ich fast immer... Eine Zeit allein... War schon nice... Meine Anus chillen... Und ich hab dann natürlich immer... Meine Bong mitgenommen... Und hab dann... Alles klar... Cedric... Das geht aber nicht... Alles klar... Ich musste rausschneiden... Tut mir leid... Ja... Okay... Ähm... Nehmt keine Drogen... Die töten euch... Und dann... Stärbt ihr euch... Und dann... Stärbt ihr euch... Ja... Und natürlich abhängig... Ja... Kapper... Ich... 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 Injected... Cannabis... Und dann... Ich bin zu... Supermenschen...